Herzlich Willkommen zur 36. Folge des Malerentzug-Podcasts. Ich bin der Jakob und beim Malerentzug-Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche, habt die Gewitter überlebt und seid nun bei schönem Wetter und vielleicht einem kühlen Getränk gerade dabei, diesen Podcast zu hören. Wir gehen gleich in die Startphase und zwar hatte ich in der letzten YouTube-Umfrage gefragt, was haltet ihr von der neuen Ringmechanik für Commander? Und ich muss sagen, ich finde es spannend, wie heterogen die Umfrage gelaufen ist, also wie unterschiedlich die Meinungen dazu waren. Und zwar haben 83 Stimmen, gab es insgesamt, und 6% haben gesagt, wird in jedem Deck landen, beste Mechanik. Also es gibt ein paar richtige Fans von der Mechanik. Dann 27% sagen, sehr coole Mechanik, für spezifische Decks super. Dann 34%, da haben die meisten gesagt, eher nicht so krass, aber wird ab und zu Verwendung finden. Dann 20% sagten, wird nur zufällig Verwendung finden, wenn die Karte gut ist. Und 13% sagen, wird gar kein Spiel sehen. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Es gab auch einen Kommentar von Horror Kubus, ein bisschen nervig, unabhängig von der Stärke. Nach Nachfrage hat mich dann ein anderer Nutzer aufgeklärt, Christian Odyssen. Ich glaube, es geht um die vier verschiedenen Modi. Auge drauf zu halten, wer ist der Träger etc. Ich persönlich finde es spannend, aber glaube, es ist etwas, das man schnell aus dem Auge verlieren kann, wenn man nicht darauf achtet. Zumal das wirklich einiges ist, was an zusätzlichen Fähigkeiten dazu kommt und das eben erst nach und nach. Und da habe ich einen kleinen Tipp. Das wurde auf dem Pre-Release gemacht und ich habe es auch in dem Livestream, den ich gestern gemacht hatte, mal kurz gezeigt. Ich werde es auch in meinem Video aktuell zeigen, dass Sie es im Video sehen. Ich erkläre es aber natürlich auch jetzt so. Und zwar gibt es diese Ring-Mechanik als Token-Karte in den Boostern von der Herr der Ringe. Und da kann man im Prinzip den oberen Teil abknicken relativ leicht. Also das ist relativ leicht abzutrennen. Und dieser Ring, wo die Finger mit drauf sind, da kann man im Prinzip das als Ring nutzen, meiner Ansicht nach. Also das dann eben auf eine Kreatur legen, die man kontrolliert, wenn man dann einen Ringträger auswählen kann. Und die Mechanik kann man gut tracken, indem man das an die Playmat legt und eben nur den Deck aufgedeckt zeigt, der im Prinzip auch schon erfüllt ist. Also das erste Mal, wenn man quasi das triggert, dann eben die erste Fähigkeit, kann das dann rausziehen. Wenn man dann die nächste Fähigkeit erzielt, dann zieht man das ein Stück weiter raus. So weiß man immer genau, wo man gerade ist, was für Fähigkeiten man schon hat. Es ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich finde es aber nicht so schlimm, weil das passiert nur im Angriff von der Kreatur. Das heißt, man greift hier an und man weiß ja, okay, der hat irgendwas draufliegen. Ich muss nochmal nachschauen, was es hat. Und das muss im Regelfall auch der aktive Spieler sich irgendwie anschauen. Deswegen finde ich es gar nicht so schlimm. Aber wenn ihr andere Meinungen dazu habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder in Spotify als Kommentar. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Also heute in einer relativ kurzen Startphase gehen wir über gleich in die Hauptphase. Und zwar, wie funktioniert Commander? Wie komme ich zu dieser interessanten Folge? Denn ich bin, das ist ja eigentlich ein Podcast für Commander. Das heißt, man würde wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Leute, die den Podcast konsumieren, auch schon Commander spielen können. Und zwar kam die Frage im Discord auf, durch ein Box-Opening ist die Community ein bisschen stärker noch gewachsen, was ich echt schön finde. Hatte ein Herr-der-Ringe-Collector-Display aufgemacht. Da sind einige dann auf den Discord noch dazugekommen. Und da hat sich dann die Frage gestellt, was ist überhaupt Commander? Wie spielt man das? Und ich kann normalerweise zu den meisten Fragen inzwischen schon verweisen auf irgendeine Podcast-Folge, die ich schon gemacht habe. Also beispielsweise, wenn man irgendwie Spelltable spielen möchte, kann ich sagen, ich habe dazu schon eine Podcast-Folge gemacht. Der Nächste fragt vielleicht, wie organisiere ich meine Sammlung? Dazu habe ich auch schon eine Folge gemacht. Aber ich habe peinlicherweise noch keine einzige Folge dazu gemacht, wie spielt man überhaupt Commander? Und dann wurde es natürlich allerhöchste Eisenbahn, dass ich das mal nachhole. Deswegen geht es heute darum, wie spielt man Commander? Ich habe auch in den Shownotes oder in der Videobeschreibung, werde ich dann Links zu den verschiedenen Sachen posten. Ich habe mich jetzt erstmal in der Beschreibung des Commander-Formats auf die Regeln oder beziehungsweise das, was auf der offiziellen Webseite von Wizards of the Coast verlinkt ist, orientiert. Und damit das ein bisschen spannend bleibt, auch für die Leute, die schon länger Commander spielen, länger Magic spielen und das eigentlich alles schon kennen, Dann habe ich am Ende, also wenn ich die ganzen Regeln durchgegangen bin, ein bisschen erklärt habe, habe ich am Ende noch Ausnahmen. Und vielleicht kriege ich dann noch den einen oder anderen noch so ein paar Sachen zu lernen, die ihr vielleicht vorher noch nicht wusste. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten das schon wissen. Wenn ihr davon was noch nicht wusstet oder ich noch was ergänzen hätte sollen, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Wird mich auf jeden Fall sehr freuen. Dann fangen wir an. Und zwar die Spielregeln beziehungsweise Modifikatoren. So wird es auf der Webseite von Wizards of the Coast genannt. Steht dieses Format, ist für vier Spieler pro Partie. Und die Deckgröße beträgt in der Regel, das in der Regel habe ich immer hinzugefügt, 99 Karten plus eine Commander-Karte. Die Dauer einer Partie in diesem Format sollte etwa 20 Minuten pro Spieler betragen. Da musste ich extrem lachen, weil manchmal dauert die Spieler halt deutlich länger als 20 Minuten pro Spieler. Also 80 Minuten, das wären ja dann ungefähr so eineinhalb Stunden, ein bisschen weniger, eine Stunde 20. Ich glaube, das ist nicht der Durchschnitt, aber egal. Dann als nächstes, du wählst einen Commander in der Regel eine legendäre Kreatur aus und baust den Rest des Decks rund um die Farbidentität und die Fähigkeiten des gewählten Commanders. Nur als Beispiel nehme ich mal meinen Lieblingskommander, Broody Glatt, Telco-Ingenieur. Der kostet vier, blau und rot, hat vier, vier. Und dann steht eben da vor dem Bindestrich, quasi über dem Regeltext in dieser kleinen Extra-Box, legendäre Artefakt, Kreatur, Handwerker. Und das Handwerker steht rechts daran. Das heißt, das ist im Prinzip der Kreaturen-Typ. Und vorher ist im Prinzip, wenn er legendär steht, ist schon mal wichtig, und Kreatur. Das Blöde im Deutschen ist nur, dass das alles zusammengeschrieben wird. Also blöd deswegen, weil im Englischen wird es auseinandergeschrieben. Du erkennst sofort, wenn der Creature steht auf Englisch, dann weißt du, das ist auf jeden Fall eine Commander-Karte. Also man kann sie als Commander spielen, beziehungsweise bauen. Oder im Deutschen musst du immer darauf achten, dass in diesem zweiten Bereich halt irgendwie das Wort Kreatur vorkommt. Ja, nochmal kurz zur Ergänzung. Broody Glatt sagt, Kreaturen-Spielsteine, die du kontrollierst, haben Eile. Und zu Beginn des Kampfes und deinem Zug erzeugst du einen 2-1-Blauen-Möhe-Artefakt-Kreaturen-Spielstein. Dann kannst du einen Spielstein bestimmen, den du kontrollierst. Falls du dies tust, wird jeder andere Spielstein, den du kontrollierst, zu einer Kopie des bestimmten Spielsteins. Das heißt, man will für dieses Deck speziell halt die Strategie auslegen auf das, was er macht. Weil auf den hat man immer Zugriff. Weiterhin auf der Seite von Wizards steht, jede Karte des Decks bis auf Standardländer dürfen in der Regel nur ein einziges Mal vorkommen. Das nennt man dann Singleton. Das habe ich jetzt mal zugefügt. Also Singleton heißt quasi, jede Karte darf nur einmal in dem Deck vorhanden sein. Es sei denn, es steht etwas anderes drauf. Oder es ist ein Standardland. Also jede Karte nur einmal im Deck zu haben, klar. Dafür darf man in der Regel alle Karten nutzen, die in der Geschichte von Magic je gedruckt worden sind. Das ist das Beste eigentlich an dem Format. Du darfst eigentlich alle Karten nutzen. Ausnahmen gibt es immer. Dazu kommen wir später. Dann gibt es als nächstes, das wurde schon angesprochen, die Farbidentität. Die Farbidentität einer Karte kann sich aus einem beliebigen Teil der Karte ergeben. Meist aber aus den Mana-Symbolen, die auf ihr zu finden sind. Egal ob als Teil der Mana-Kosten oder im Kartentext. Nicht Klartext, Kartentext. Auf den Karten in deinem Commander-Deck dürfen in der Regel, das habe ich wieder hinzukriegt, ausschließlich Mana-Symbole vorkommen, die auch auf deinem Commander vorkommen. Farblose Karten sind in jedem Deck erlaubt. Als Beispiel habe ich mir mal rausgesucht den Yoda-Ewiger Erzmagier oder Yoda-Archmage Eternal. Der hat nämlich in den Spruchkosten ein farbloses Blau, Rot und Weiß stehen. Das heißt, man könnte jetzt davon ausgehen, der hat jetzt nur drei Farben als Farbidentität. Aber wenn man weiter schaut, in den Textbox steht drin, du kannst Weiß, Blau, Schwarz, Rot und Grün bezahlen, anstatt die Mana-Kosten von Zaubersprüchen, die du wirkst, zu bezahlen. Das heißt, man kann eben noch weitere Mana-Symbole nutzen. Das heißt, das ist kein dreifarbiger Commander, das ist ein fünffarbiger Commander, das hat alle Farben. Das ist eben so. Es gibt Ausnahmen. Dazu kommen wir später. Aber wie gesagt, wenn die Symbole vorkommen auf der Karte, dann kann man davon ausgehen, dass das eben auch die Farbidentität hat. Dann gibt es noch die Kommando-Zone. Und daher kommt auch dieser Begriff Commander, Command Zone, der Podcast der Englischsprache kommt auch daher von dem Namen her. In dieser Zone hält sich dein Commander auf, wenn er nicht im Spiel ist. Zu Beginn der Partie legt jeder Spieler seinen Commander offen in seine Kommando-Zone. Du kannst deinen Commander für seine normalen Mana-Kosten aus der Kommando-Zone wirken, plus zusätzlichen zwei Mana für jedes Mal, dass er in dieser Partie bereits auf diese Weise gewirkt wurde. Verlässt der Commander das Spielfeld, also wird er zum Beispiel auf deinen Friedhof, in deine Bibliothek, auf deine Hand oder ins Exil geschickt, kannst du ihn in deine Kommando-Zone zurücklegen. Da steht tatsächlich auf der ursprünglichen Wizard-Seite sogar ein Fehler, weil da steht, stattdessen kann man den in die Kommando-Zone zurücklegen. Das würde heißen, dass bestimmte Sachen nicht passieren würden, wenn jetzt zum Beispiel der Commander stirbt. Und es würde stattdessen draufstehen, dass er in die Kommando-Zone zurückgeht. Und es gäbe irgendwelche Trigger, die darauf triggern, dass wenn er stirbt, irgendwas passiert, dann würde das nicht passieren. Das heißt, es steht falsch auf der Seite von Besatz auf der Coast. Dann weiterhin, Commander-Schaden. Falls einem Spieler im Verlauf einer Partie 21 Punkte oder mehr an Kampfschaden, wichtig ist Kampfschaden an der Stelle, von demselben Commander zugefügt werden, verliert dieser Spieler die Partie. Der Schaden, den ein Commander zugefügt, wird dabei über alle Zonen hinweg weitergezählt, selbst wenn zum Beispiel ein anderer Spieler die Kontrolle über den Commander übernimmt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ich schon 15 Schaden gemacht habe mit meinem Commander und ein Gegner hat einen Effekt, womit er meinen Commander übernehmen kann und dann direkt angreifen kann und noch 6 Schaden weiterhin machen kann auf den gleichen Spieler, ist er raus. Das ist dann im Prinzip egal. Er ist dann auf jeden Fall nicht mehr mit dabei. Dann, jeder gegen jeden Multiplayer spielen. In einer Commander-Partie mit drei oder mehr Spielern ist jeder auf sich allein gestellt. Jeder spielt gegen jeden. Übrigens, wenn euch das interessiert, wie man mit mehr als vier Spielern irgendwie sinnvolle Spiele machen kann, wenn man jetzt zum Beispiel zu 6 ist oder zu 5 und dann dauern die Spiele ja dementsprechend noch viel, viel länger, schaut in eine der Mana-Anzug-Folgen rein. Ich verlinke die auch und schreibe die auch in die Shownotes rein. Da habe ich über Casual-Commander-Varianten gesprochen, im Prinzip, um das ein bisschen aufzupeppen und vielleicht auch, dass die Spiele nicht so lange dauern. Dann, weiterhin jeder Spieler beginnt die Partie mit 40 Lebenspunkten, also doppelt so viel wie in normalen, anderen Magic-Formaten, platziert seinen Commander aufgedeckt in seiner Kommando-Zone und zieht sieben Karten. Die Spieler sitzen in zufälliger Reihenfolge um einen großen Tisch herum, ja, wenn es in der geht, und die Zugreihenfolge ist im Uhrzeigersinn. Während der Partie kann ein Spieler jeden anderen Spieler angreifen, unabhängig von dessen Sitzplatz. Es ist auch möglich, in einer Kampfphase mehrere Spieler anzugreifen. Bleibende Karten, Zaubersprüche und Fähigkeiten können jeden Spieler am Tisch zum Ziel haben, solange auf ihnen nicht explizit steht, dass du das Ziel sein musst. Ganz gleich, wie die Partien ausgehen, im Commander-Format haben die Spieler die Mittel und Gelegenheiten, ihre Persönlichkeit durch ihre Strategie, ihre Spielzüge und spaßigen Deckbauausdruck zu verleihen. Wichtig zu erwähnen ist vielleicht noch, was nicht in den Regeln drin steht, wenn man jetzt beispielsweise die ersten sieben Karten zieht und man ist in einem Multiplayer-Spiel, also drei oder mehr Spieler, und merkt, man kann damit nicht starten, das ist nicht gut, dann nennt sich das, wenn man es wieder reinmischen möchte in das Deck und nochmal neu nachziehen möchte, nennt man das Mulligan. Und im Multiplayer gibt es immer einen Free Mulligan, das heißt, man darf einmal seine ganzen Karten reinmischen und darf dann im Prinzip nochmal sieben nachziehen, ohne am Ende, wenn man entschieden hat, das zu behalten, eine Karte unter die Bibliothek legen zu müssen. Ansonsten ist es eigentlich relativ gleich zu anderen Magic-Formaten. Man kann auch noch auf eine andere Weise, sag ich mal, das Spiel verlieren, indem man eine Karte ziehen möchte aus seinem Deck und keine Karte mehr vorhanden ist. Das ist natürlich extrem selten ein Commander, wenn man nicht jetzt gegen spezielle Mill-Decks spielt, also quasi Karten, die einem bewusst die Karten in den Friedhof legen lassen von der Bibliothek. Also das ist noch so ein bisschen zu nebenbei erwähnt, ansonsten ist es, denke ich mal, relativ gut erklärt, was Commander macht. Aber es gibt Ausnahmen, es gibt viele Ausnahmen und es gibt komplizierte Ausnahmen. Und zum Beispiel habe ich ja vorhin gemeint, dass man quasi alle Karten aus der Geschichte von Magic the Gathering spielen kann, bis auf Ausnahmen. Es gibt halt Ausnahmen und zwar gibt es gebannte Karten. Das Commander-Format wird nicht, wie man vielleicht glauben könnte, vom Hersteller Wizards of the Coast gemanagt, sondern von einem der Erfinder und dem sogenannten Rules Committee des Formates, bestehend aus Scott Larrabee, Toby Elliott, Gavin Duggan und eben den Godfather, wie man es eben so manchmal sagt, von eben dem Spiel Commander oder dem Format ist Sheldon Manory. Das sind zwar, soweit ich weiß, in Gesprächen mit Wizards of the Coast, aber ultimativ nicht Wizards unterstellt und entscheiden Bands und Entbannungen selbst. Also die können das einfach selber entscheiden. Das ist natürlich recht krass, wenn man überlegt, dass Commander inzwischen eines der, wenn nicht das, beliebteste Magic-Format überhaupt ist, also am meistgespieltesten Format. Auf der Bannliste sind eine Auswahl an extrem mächtigen Reserved-List-Karten. Reserved-List-Karten sind Karten, von denen der Hersteller, Wizard of the Coast, versprochen hat, sie nie wieder in turnierlegaler Form zu reprinten, also wieder neu aufzulegen. Und die sind im Prinzip so stark teilweise, dass sie jetzt in dem Format Magic einfach Commander, meine ich, gebannt sind. Also diese Karten sind nicht drauf. Des Weiteren gibt es Karten, die gebannt sind, weil Darstellungen von Rassismus auf den Karten zu sehen sind. Die kann ich auch nicht einblenden, will ich auch nicht einblenden. Ich habe einen Link in den Show Notes und in der Videobeschreibung reingepackt, von eben einem Announcement von einer Ankündigung von Wizard of the Coast, dass diese Karten ab sofort gebannt sind. Als letztes sind noch Karten mit dem Conspiracy-Kartentyp gebannt. Speziell aus einem, wie soll ich sagen, Format oder Set, was Conspiracy hieß, meine ich, da habe ich noch nicht gespielt. Und so wie alle Karten mit einem silbernen Rand, das sind An-Karten, also An-Sets. Das heißt, diese Karten sind einfach in gar keinem Format legal. Und seit neuestem Karten mit einer Eichel als Holostamp, also beziehungsweise einem Symbol einer Eichel unten am unteren Kartenrand. Ich werde da auch mal im Video eine einblenden. Das sind eben Karten aus Infinity mit dieser Eichel, also das letzte Unset, was rausgekommen ist. Die sind auch nicht legal in Commander. Ausnahmen für die Spielregeln. Man muss eine legendäre Kreatur auswählen. Muss man nicht. Es gibt Karten, auf denen speziell draufsteht, kann als Kommandeur oder als Commander eingesetzt werden. Beispielsweise gibt es Aminatu, die Schicksalswandlerin, oder Aminatu, the Fate-Shifter. Die kostet eben Weiß, Blau und Schwarz. Das ist ein legendärer Planeswalker. Da steht nichts von Kreatur. Aminatu. Und hat eben, ich lese jetzt nicht die ganze Karte vor, am unteren Rand stehen Aminatu, die Schicksalswanderin, kann dein Kommandeur sein. Also diese Karte darf trotz allem, dass es eigentlich nur legendäre Kreaturen sein dürfen, dein Commander sein. Es gibt auch noch eine Karte, wo dieser Passus eben nicht draufsteht. Das ist die einzige Karte, die direkt auf der Vorderseite Planeswalker steht und trotzdem als Commander sein darf, obwohl dieser Passus nicht draufsteht. Und zwar geht es um Christ, die Flut des Hungers, oder Christ, the Hungertide, ist aus Modern Horizons 2. Und da steht drauf, das ist ein legendärer Planeswalker Christ, und es steht drauf, Solange Christ, die Flut des Hungers nicht im Spiel ist, ist sie zusätzlich zu ihren anderen Typen eine 1, also ein 1-1-Insekt-Kreatur. Und das zählt für die Kommandozone. Das heißt, man kann, die haben diesen Passus quasi sogar umgangen und konnten einen Planeswalker zu einem Commander machen, ohne dass es draufsteht, es kann ein Commander sein, weil diese Karte ist nicht in einem Commander-Set drin gewesen und somit konnten sie den Spaß umgehen, was ziemlich spannend ist, meiner Ansicht nach. Vorhin gab es auch noch diese Ansage in den Regeln, dass man 99 Karten plus einen Commander haben kann. Das ist auch schon lange obsolet. Es gibt nämlich Partner. Also eines der bekanntesten Partner, sag ich mal, ja, Partner sind Tymna und Thrasios. Das sind beides legendäre Kreaturen und auf denen steht Partner unten drauf. Das ist in der Klammer dann, du kannst zwei Kommandeure haben, falls beide Partner haben. Das heißt, so könntest du nochmal umgehen, dass du nur einen Commander hast, jetzt hast du zwei Commander. Es gibt auch noch weitere Ausnahmen in der Richtung. Es gibt noch zum Beispiel sieben Karten und da gibt es auch noch weitere, das ist mir klar. Die haben dann zum Beispiel draufstehen, das war aus einem Secret Lair von, ich glaube, Stranger Things, wo es inzwischen schon auch Varianten gibt, die in Magic gedruckt worden sind. Beispielsweise Wernock Riders Chaplain, kostet weiß und schwarz, hat 1,2 und hat eben den Pass aus unten stehen, Friends Forever. Ich kann es jetzt nur auf Englisch vorlesen, also Freunde für immer wahrscheinlich, weil sie gibt es nur auf Englisch. Und da steht, you can have two Commanders if both have Friends Forever. Also quasi, man kann auch andere Partnerkombinationen haben, es gibt aber nur sieben Karten, die dieses Friends Forever haben. Das sind eben die Karten aus diesem Secret Lair. Also, man darf nicht vergessen, es gibt noch weitere Varianten davon, aber wenn explizit draufsteht, kann man eben auch zwei Kreaturen als Commander haben. Ganz, ganz neu, eine Ausnahme, man kann sogar eine Verzauberung als Commander haben. Das hört sich jetzt total absurd an, wenn man überlegt, das ist doch keine Kreatur, hat doch gar nichts mehr damit zu tun. Und zwar gibt es die Hintergründe. Das ist aus einem Set aus dem letzten Jahr, aus Baldur's Gate. Da gibt es halt eben beispielsweise Ganax, den Astraljäger oder Ganax Astral Hunter. Und der hat draufstehen, wähle einen Hintergrund. Du kannst einen Hintergrund als zweiten Kommandeur haben. Und dann habe ich beispielsweise im Feywild Besucher oder Visitor. Und da steht drauf, legendäre Verzauberung, Hintergrund. Also quasi Hintergrund und eben Ganax liegen beide in der Kommandozone. Und somit hat man an der Stelle eine Verzauberung als Commander. Was teilweise auch interessant sein kann, weil es gibt Karten, die im Prinzip nicht sagen, du musst eine Commander-Kreatur eben für irgendwas haben, sondern einfach Commander, die du kontrollierst. Was schon echt spannend ist an der Stelle. Und als letztes, was mir noch eingefallen ist, und zwar ist auch relativ neu aus letztes Jahr gewesen, genau, von, ich glaube, dem Kamigawa Neondainis, die Commander-Sets, wenn ich mich nicht irre, gibt es Shirokai Genesis-Maschine oder Shirokai Genesis-Engine. Und da steht drauf, also es ist ein legendäres Artefakt-Fahrzeug. Es ist keine Kreatur, es ist einfach ein Artefakt. Und ganz unten steht wieder der Passus drauf, Shirokai Genesis-Maschine kann dein Kommandeur sein. Also es gibt dann sogar die Ausnahme, dass ein Artefakt dein Commander sein kann, ohne dass es zwangsweise eine Kreatur sein muss. Da muss man ein bisschen aufpassen, da gibt es mir sicher noch weitere Ausnahmen. Wenn euch welche einfallen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann zum Punkt Farbidentität. Und da gibt es teilweise auch Verwirrungen und teilweise auch Leute, die dann, habe ich schon gemerkt, die dann teilweise salzig geworden sind, weil diese Karten gesehen haben in Decks, wo, ja, ich weiß, das geht, aber es gefällt mir nicht. Und zwar, bei der Farbidentität kann man zum Beispiel bei Karten wie Fettschländern darauf kommen, ja, warum geht denn das? Dass man die in einem Deck spielen kann, das eine Farbe vielleicht gar nicht hat. Beispielsweise die blühenden Katakomben, das ist ein Land und das sieht schon so grün-schwarz aus. Rechte Seite ist grün, die linke ist schwarz in dem Regeltext. Und man kann es eben tappen, bezahle einen Lebenspunkt, opfere die blühenden Katakomben, durchsuche deine Bibliothek nach einer Sumpf- oder Waldkarte, bringe sie ins Spiel und mische danach. Da ist kein Mana-Symbol drauf. Da steht Sumpf- oder Waldkarte als Text. Das heißt, diese Karte ist legal und man darf sie spielen in einem Deck, was beispielsweise kein Schwarz hat. Das ist auf jeden Fall möglich. Jetzt könnte man sich fragen, warum macht das überhaupt Sinn, so ein Land dann zu spielen, wenn man nur eine Farbe raussuchen kann. Naja, wenn man jetzt beispielsweise drei Farben spielt, wie grün, blau und rot, könnte man mit der im Prinzip Länder raussuchen, die einfach nur eine Wald-Untertyp haben, beispielsweise Schockländer oder auch diese Triome aus Ikoro, also quasi die andere Typen noch haben und kann dann quasi seine Mana damit fixen, was ziemlich gut ist. Eine weitere Ausnahme, und da habe ich auch schon Diskussionen drüber gehabt und drüber gehört, ist der Krypta Schaudergeist. Der hat eine Fähigkeit, die heißt Abnötigen oder Extort. Denn wichtig zu wissen ist, dass oben rechts, also die Mana-Kosten sind drei und schwarz, das heißt, er hat eigentlich eine schwarze Identität. Aber wenn man jetzt Abnötigen oder beziehungsweise Extort mal durchliest, steht da, immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, kannst du Weiß-Schwarz, so ein Hybrid-Mana, also eins von beidem, bezahlen. Falls du dies tust, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und du hältst ebenso viele Lebenspunkte dazu. Das Weiß ist an der Stelle nicht ausschlaggebend für die Farbidentität. Denn, und jetzt kommt die Ausnahme der Ausnahmen, die man in Geheimschrift, Tinte, ganz hinten lesen darf, wenn das in dem Reminder-Text steht, also in diesen Klammern, und da steht ein Mana-Symbol drin, zählt das nicht für die Farbidentität. Ja, jetzt sollten schon mal die Ohren klingeln. Wahrscheinlich wissen das die meisten, aber wenn das eben in dem Reminder-Text steht, dann ist es nicht ausschlaggebend für die Farbe des Commanders, also für die Einschränkung, für die Farbidentität. Dann gibt es noch andere Möglichkeiten, die Farbidentität auszudrücken. Meistens erkennt man sie an der Farbe der Karte, aber trotzdem noch mal zur Verinnerlichung. Da gibt es so Karten wie Rograk, Sohn von Rogar oder Rograk, Son of Rogar. Der kostet null Mana, das heißt, in seiner Casting-Kosten, an seiner Zauberkosten, steht keine Farbe drin. Da könnte man denken, der hat keine Farbe, ist farblos. Aber links neben dem Typ, also legendäre Kreatur, ist ein roter Punkt. Und dieser rote Punkt, oder was auch immer in diesem Symbol drin ist, ist eben die Farbidentität dieser Karte. Das heißt, das bestimmt die Farbe der Karte. Das heißt, sie ist rot, ich könnte sie nicht an einem einfach nur blauen Deck spielen. Und eine allerletzte Ausnahme für die Leute, die noch ein bisschen weiter davon hören wollen, sind beispielsweise die Falaji Wanderin oder Falaji Wayforer. Kostet zwei und grün, also müsste es eigentlich grün sein. Und hat einen neuen Regeltext, der so vorher noch nicht vorgekommen ist. Und zwar steht, die Falaji Wanderin hat alle Farben. Jetzt müsste man denken, alle Farben heißt, wenn es draufsteht, dürft ihr es nicht spielen, in einem Deck, was nur grün hat zum Beispiel. Aber diese Fähigkeit hat keine Auswirkung auf ihre Farbidentität. Sie kann Teil eines Commander-Decks sein, solange grün in den Farbidentität des Commanders vorkommt. Das heißt, diese Karte hat quasi alle Farben, obwohl sie nicht alle Farben hat. Das ist ein bisschen verwirrend, aber es kann für manche Decks relevant sein, dass man eben alle Farbidentitäten hat. Aber das sind so die Ausnahmen, die ich für die Farbidentität gefunden habe. Wenn ihr noch weitere habt, schreibt es mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare oder in Spotify oder wo auch immer als Kommentar. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Dann ist mir noch eine weitere Ausnahme eingefallen. Und zwar, jede Karte darf nur einmal in einem Deck vorkommen. Das ist richtig, außer es steht anders drauf. Beispiel ist ganz neu aus dem neuen Herr-der-Ringe-Set. Gibt es die berüchtigten Nazgul. Die kosten eben zwei und schwarz, haben eins, zwei, Kreatur, Wraith, Ritter. Und der letzte Satz von der Karte sagt, ein Deck kann bis zu neun Karten namens Nazgul enthalten. Und wenn sowas draufsteht, dann darf man das auch in einem Commander-Deck machen. Das heißt, diese Karte darf man bis zu neun Mal in einem Commander-Deck spielen. Da gibt es noch andere Karten, die haben gar keine Einschränkung. Da steht dann, man darf eine beliebige Anzahl an Kreaturen von sich selbst spielen oder so. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ganz spannend, wenn man eben im Prinzip sein Deck darauf auslegen möchte. Kann man dann da an der Stelle halt eben die neuen Nazgul reintun oder was eben auch dann in den Kopf kommt. So, als letztes, eins, was mir noch eingefallen ist, zurück in die Kommando-Zone legen. Und das ist vielleicht ein Thema, was eher neue Spieler vielleicht nicht ganz so begreifen am Anfang. Was vielleicht auch schwierig zu begreifen ist, meiner Ansicht nach, ist sowas wie Destabilisieren. Also beispielsweise gibt es eine Karte, die heißt Burgverlies oder Obliet, kostet 1 und 2 schwarz, ist eine Verzauberung und sagt, wenn das Burgverlies ins Spiel kommt, destabilisiert sich eine Kreatur deiner Wahl, bis das Burgverlies das Spiel verlässt. Tappe die Kreatur, so wie sie sich auf diese Weise stabilisiert. Angelegte Augen und Ausrüstungen destabilisieren sich mit ihr, während die bleibenden Karten destabilisiert sind, werden sie behandelt, als würden sie nicht existieren. Wenn man damit den Commander als Ziel wählt eines Gegners, kann er sich nicht entscheiden, ob er diesen Commander zurück in die Kommando-Zone legt. Das geht nicht, denn er wechselt nicht die Zone. Er bleibt auf dem Spielfeld, aber er destabilisiert sich. Das ist manchmal ein bisschen schwierig nachzuvollziehen und kann auch zu ein bisschen zu Feels-Bad-Momenten führen. Das wollte ich jetzt nur noch anbringen, dass man da im Prinzip nicht vergisst, dass man auch da seinen Commander nicht mehr zurückbekommen kann, wenn das passiert. So, ich hoffe, ich habe jetzt sowohl die neuen Spieler ein bisschen abgeholt bezüglich der Sachen, wie man Commander ungefähr zu spielen, also spielt, wie es funktioniert, und auch ein bisschen die erfahreneren Spieler noch mal abgeholt, vielleicht mit ein paar neuen Sachen, die sie vielleicht noch nicht wussten. Dann kommen wir jetzt zur Endphase, und zwar zur 34. Mahnanzugsfolge, die Top 10 Karten aus der Herr der Ringe, Geschichten aus Mittelerde, schreibt Frau Hase. Mein Liebling aus dem Pre-Release ist der Verräterkönig. Auf das Set bezogen Radagas der Braune und aus den Commander-Decks der Cavern-Hort-Dragon. Alles sehr schöne Karten, muss ich sagen, vor allem der Drache gefällt mir auch sehr gut. Dann schreibt Anubis Demons, super Folge. Ja, vielen Dank, vor allem wenn du es nur gehört hast, das ist eigentlich ein Podcast, da geht es eigentlich darum, dass man das auch sich schön anhören kann, der Argumentation folgen kann, und freut mich natürlich, wenn das das auch funktioniert hat. Dann schreibt noch Theodor Berumann, könntest du eine Folge nur über die Herr der Ringe-Lohr machen? Sehr coole Folge. Danke dir, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich die Frage schon beantwortet habe. Wenn ich sie schon mal beantwortet habe, dann tut es mir leid. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dafür die Zeit habe. Das ist tatsächlich ein Thema, da gibt es auch bestimmt deutlich bessere YouTuber oder beziehungsweise andere Podcasts, die das bestimmt schon gemacht haben und viel besser können als ich. Es würde jetzt natürlich sehr gut passen, vielleicht würde das auch im Algorithmus helfen, wenn ich jetzt da einiges raushauen würde, aber da habe ich einfach keine Zeit für, das ist leider das Problem. Und dann schreibt noch AK2298, Quality Content, nice, und ich sage, yeah, vielen Dank. Dann zur 35. Mana ins Zugfolge, die Top 5 Commander aus der Herr der Ringe-Geschichten aus Mittelerde, schreibt AK2298, dude, nicer Channel, top gemacht, ich sage mal danke. Danke. Vorfahrend, ich glaube, du meinst Sirdan, ist sehr cool, allerdings verstehe ich die 5 Mana nicht wirklich, da es schwierig ist, diese Fähigkeit für seinen alleinigen Vorteil zu nutzen. 4 Mana wären anständiger gewesen, wie ich finde. PS, Abo hast du. Vielen Dank. Ja, vielleicht wäre er für 5 Mana ein bisschen besser gewesen, aber ich denke mal, man ist in grün und da hat man auch Möglichkeiten, schneller zu den 5 Mana zu kommen als andere Farben, weil es da viele Budgetmöglichkeiten gibt, eben zu rampen. Dann schreibt der Superflex da, wie immer, top Video. Da ich auch ein Fan von lustigen Decks bin, finde ich Lutz auch sehr interessant. Vielen Dank dir und ja, wie gesagt, ich fand Lutz einfach lustig und ich habe den gesehen und dachte mir, der ist total bescheuert, vielleicht gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, den lustig zu bauen und ja, freut mich, dass es dir auch gefällt. Dann schreibt Ruffy, im Bau ist gerade der Aragorn, die Uniter. Ich finde auch den Semigandalf Westworld Voyager ziemlich spannend. Und ja, die finde ich eigentlich auch alle ziemlich cool. Ich glaube, Uniter war der Aragorn, die Uniter, der vierfarbige. Ich weiß es gar nicht aus dem Kopf. Den finde ich ein bisschen arg stark dafür, dass er im Prinzip nur diese Zauber wirken muss und dass er triggert. Aber auf jeden Fall ziemlich schöne Commander. Dann schreibt Anubis Demons, spiele zwar keinen Commander, aber trotzdem danke fürs Video. Könnte mir aber spaßige Runden von dem Set vorstellen. Und ja, wenn du dieses Video schaust oder diesen Podcast hörst, dann hast du jetzt eine grobe Ahnung, wie Commander funktioniert, falls du es vorher noch nicht wusstest. Dann schreibt noch Manuel Schaper, witzig. Ich gehe eher nicht zu Friday Night Magic Drafts, weil die Karten dort auf Englisch sind. Ich beherrsche Englisch verhandlungssicher, aber ziehe die ulkigen deutschen Übersetzungen vor. Und ich finde es auch etwas irritierend, wie stark die Präferenz für englische Karten zu sein scheint. Diese scheint mir auf jeden Fall deutlich hinter der Sprachkompetenz vieler Spieler zurückzutreten. Oh, Shots Fired. Ja, ich bin, wie gesagt, auch jemand, der lieber Englisch mag an sich, aber ich habe damit kein Problem, auch deutsche Karten zu spielen. Ich finde es auch sehr spannend, dass mal jemand sagt, er will lieber die deutschen Karten spielen, weil das sehe ich eher selten, dass jemand wirklich Deutsch richtig präferiert vor Englisch. Eine sehr spannende Geschichte. Danke für deinen Kommentar. Dann schreibt noch Raffi, das boshafte Banditentum könnte ich in meinem Clothys Enchantment Deck packen. Wäre dann ein Board Vibe oder zumindest eine Removal für gezielte Kreaturen. Ja, das stimmt. Eine sehr, sehr schöne Karte. Und Nitro X Deluxe schreibt noch, hat bei euch einer den grünen Pre-Release Würfel bekommen. PS, ich würde vielleicht Radagas Wizard of Wild bauen. Und ja, dieser Pre-Release Würfel, dieser grüne, der ist relativ selten. Ich glaube, ähnlich selten wie dieser phorexianische. Ich fand den jetzt nicht unbedingt viel schöner als normale andere Würfel, deswegen hat mich der jetzt auch nicht so gecatcht. Ich habe aber auch beim Pre-Release keinen gesehen, der den aufgemacht hat. Aber ja, man kann den eben nur aus diesem einen, ich glaube aus jedem 15. oder wie viel auch immer, Pre-Release Pack ziehen. So, jetzt würde mich am Ende interessieren. Seid ihr am Ende schlauer geworden, beziehungsweise habt ihr was gelernt? Also, kanntet ihr schon die Commander oder habe ich irgendwas vergessen? Oder habt ihr irgendwelche von diesen Ausnahmen noch nicht bekannt? Würde mich jetzt mal interessieren, ob ihr das, was ihr davon haltet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Finde ich sehr spannend und dann bleibt auch nicht mehr viel zu sagen, außer viel Spaß beim Commander-Spielen. Bis zum nächsten Mal.